Herzlich Willkommen am Tagdorfenentür der HTL Braunau. Unter dem heurigen Motto Unterwegs zum Mars zeigen unsere Maturantinnen und Maturanten ihre Diplomarbeiten aus den Bereichen Elektronik und Technische Informatik, Informationstechnologie, Elektrotechnik und Mechatronik. Der Tagdorfenentür macht für mich das gute Zusammenspiel zwischen Lehrer und Schüler aus. Von den Schülern kriegt man eine sehr realitätsnahe Führung durch die HTL und die Lehrer finden einem dann den richtigen Zweig, in dem wir mal gelben. Ich habe im Zuge von meinem Maturant-Projekt die Chance bekommen, mit dem österreichischen Weltraumforum zusammenzuarbeiten und dabei ihre zukünftigen Mars-Missionen zu unterstützen. Ich und meine Projektpartnerin sind dabei für das Powermanagement, also die elektrische Versorgung von der neuen Analog-Astronautengeneration Serenity zuständig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020